Dieses zu veräußernde Sechszimmer-Einfamilienhaus steht in Erkrad. 1979 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1250 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 340 m². Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 750.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.